Hallihallo und wir melden uns hier zu einer Minecraft-Folge und zwar werden wir heute eine Adventure-Map spielen. Ja genau. Ich hier mit meinem Freund Lennart. Die heißt, glaubt irgendwie was Revenge of Gods auf jeden Fall. Ja, wir werden jetzt einfach mal anfangen zu spielen. Gut. Genau. Ist unser erstes Let's Play, also wir sind frohe Anfänger. Genau. So, hier runter. Ja, gehen wir einfach mal runter. Au. Au. Was steht da? Warte. Kannst du nicht lesen. Geh mal kurz, hüpfen mal kurz auf den Block da. Da. Okay, warte. Welchen? Just dig down. Also hier runtergrafen. Dann graf mal runter. Okay. Au. Bein gebrochen. Also lesen wir erstmal hier. Da rules. Play on peaceful? Ja, das machen. Don't place or destroy any blocks. Ja, mussten wir das machen. No crafting. Okay. Don't go over the canyon sides, okay? If you want more than two people, you can teleport. Okay, don't lie. Was? Wir sind, wir sind nicht mehr als zwei. Aber wir teleportieren uns aber trotzdem. I cheated. Psst. Weiß hier niemand. If you are really stuck putting discs into jukebox, we'll give you a hand. Regelt only your music just once. You may change the time tonight so you can sleep. I would take the stuff and use it wisely. Let's go. Good. Okay. Jeder nimmt sich zwei dieser Boote. Genau. Ich hab die Discette genommen. Also was steht denn hier? Ähm. Oh my god. Where am I? I remember nothing except the fire around me and the terrible screams of my people. Then I woke up in the Star Cape. What happened? Oh my god. Oh my god. Ich will sie nicht mal lang. Boote platzieren. Haha. Da ist das Boot und los geht's. Dada da. Äh. Was war das? ich bin aus dem Boot ausgestiegen beim Runterfliegen ah ich komme die nein verdammt ist das Boot kaputt ich hab noch eins ich hab auch noch eins guck mal hier und zack that three up there looks ist das Boot weggefahren I should check it out ok ne jukebox ich hab ne disk dabei Wollen wir die direkt mal testen? Ja, machen wir sofort Machen wir Pistons Ja Take the time to relax and listen to the music Ah, da oben, da oben ist was Only read this if you have already been to the grid Just press the clicking button to the right Das heißt, wir sollen erstmal nach... Wohin? Zum Graf? Mh? Neee Komm, gehen wir jetzt erstmal hoch zu diesem Graf Geht's mir lang Ähm Hier, weg, Emma, Emma, geh weg Wecker, danke So, hier geht's hoch, ähm Da, da kommen wir Hm Gut Was ist das jetzt? Ah, da Oh, der Mond Oh, der Mond Das sieht mal geil aus, hier Und die Höhle Verdammt, wie soll man da hochkommen, bitte schön Wo springen? Ja, aber Loser So glaube ich nicht Erde kann man weg, Erde kann man weghauen Lenata stand, man darf keinen Blocks zerstören War ich nicht Wenn ich da wird Warte, komm, den mach ich jetzt auch bitte Das hat niemand gesehen, ne? Niemand hat's gesehen, gut, dann ist er Ich sag dir, erst kommt da, du schweigst Ja, klar So Okay, ähm Hat niemand gesehen Ja Ja Ja, wir hätten hier hochkommen können, mal Auf der genau anderen Seite Echt? Ist der Weg? Ja, so ähnlich Zeig mal Ja, guck hier, geht's genau runter Zack, zack, zack Oh, auch nicht So Okay, was steht denn hier? A hero came upon his way to river's deep and golden base Muss ich das von oben nach unten oder von links nach rechts lesen? No Das heißt nicht da Ach doch, von links nach rechts Ach doch, von links nach rechts Be told to find the golden dust A treasure's rich and forgotten case Push the stone on mountains feet To save his word Come gods might way to Mars Okay, ich würde sagen, dann hat das das da unten mit dem Dingsterbumpster zu tun Ja, dann mit dem Dingsterbumpster Soll ich mal Giovanni Mo versuchen? Nein Nein Und ist so cool Nee Ich würd ihr irgendwie drauf gehen, du Und untersprengen Okay, ähm Äh Zu da Ich bin unter Ähm, weißt du was, ich werd mir jetzt mal ein bisschen kurz cheaten David David? Ja Das wird jetzt nicht tot Was ist das denn? Was machst du da oben? Ich hab den Button gefunden, den wir brauchen Ich bin jetzt hier nach unten gelaufen Hey, ich bin da am Fuß des Berges, du Und wo? Hier rechts an der Seite Ich seh deinen Namen Warte mal Ich muss mal kurz die Äh Time Set War Wie war nochmal die IP für Da kommt, an den Knopf kommt man dran, ist ja schon klar, ne? Ja, ich war auch dran Nee, ich war nur nicht Warte Ich hab ihn gedrückt Hm Komm, wir gehen jetzt nochmal nach oben gucken Ja, dann drück ich ihn nochmal Ja, vielleicht sind da jetzt irgendwelche neuen Informationen oder so Ich hab ihn jetzt aber nochmal gedrückt Jetzt, jetzt, jetzt hast du alles geputzt Hey Aua Hier meinst du, geh zu hoch? Ja Hey, geh mir nicht, geh mir nicht in den Weg Nein Nee, in die falsche Richtung Hey Aua Ja, das ist der selbe Weg, den wir eben auch gegangen sind Ich weiß Oh, ich geh lang Hey Ach Ja, was, was, was machst du da? Huuuuh Oh, Mann Geh Ich bin ober Das ist ja auch zu weit jetzt gehauen Nö Oh, jetzt komm ich in die Schuhe Ah Ich bin oben Das Grab hat sich geöffnet Echt? Ja Ok, dann Ich fahr, du mal auf dich Da sind Pistons Echt? Ja Du darfst nix, Lennat, hast du da irgendwas kaputt gehauen? Nein Der hat es gerade so angehört Ja, ich weiß Oh Oh, nö Oh, nö Oh, nö Du hast keinen Bock mehr Oh, nö So, jetzt bin ich da So, jetzt bin ich da Nichts willst Oh, guck hier, das Grab hat sich hier öffnet Und Da Oh, gehen wir mal weiter Los, ladies, hörst Tschüss, Animo Achtung, sind nur Leitern Echt, oh, ich hab gedacht, sie fling jetzt einfach runter, du Wart auch nicht Ach, das ist doch immer geil, darf ich dir hier die Kiste öffnen Oh, die Kistee hat so ein paar Fehler bei mir, du Na, keine Fleisch, meine Fleisch, keine, waj-wa-wa-waj-wa-ba-wa-wa-wa-wa-wa-wa Du isch, ich gelingt Oh, ho, Fleisch Ey, nö Ich will gar nicht unter vielleicht bei dir in der kiste nein ich habe massenhaft fleisch ja ja den rest guck mal rein und der kiste ist gar nichts drin ich weiß nicht genau wie viel ich habe aber ich habe ich glaube ich an sich bei der ersten spiel ich hasse Spinnenleben so so ein slow mo ich glaube ich muss später vielleicht mal wieder mein Text erinnern weil es ein paar Probleme gibt slow mo hey was ist das ist das denn so weiter geht es dann was hat das cool nee du bist ja doch fast ok